Ich möchte Ihnen jetzt Herrn René Freiengruber vorstellen von der Firma SecConsult. Er wird sprechen über Pypassing Application Whitelisting. Ein Thema, das durchaus interessant ist, weil gerade Application Whitelisting ab und zu so als die Lösung schlechthin angepriesen wird, aber manchmal verspricht sie halt mehr, als sie hält. Bitte. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute über Application Whitelisting. Mein Name ist René Freiengruber und ich werde Ihnen in den nächsten 45 bis 50 Minuten ein bisschen was über McAfee's Application Whitelisting-Lösung erzählen. Das heißt, schauen wir uns mal kurz die Agenda an. Zuerst werde ich kurz noch unsere Firma vorstellen, SecConsult. Anschließend tauchen wir schon direkt in das Thema Application Whitelisting ein. Das heißt, ich werde darüber reden, was ist Application Whitelisting, wo wird das Ganze eingesetzt und welche generellen Schwachstellen, welche Probleme gibt es da. Anschließend werde ich dann eine Lösung davon vorstellen. Das ist in dem Fall jetzt dann McAfee's Application Control bzw. Solid Core. Also Solid Core war der frühere Name, jetzt heißt das Ganze Application Control. Danach werde ich über die verschiedenen Bypass-Techniken reden. Das heißt, wir werden ganz viele verschiedene Möglichkeiten sehen, wie man das Ganze umgehen kann und auch die ganzen Zusatzschutzmechanismen umgehen, das heißt sowas wie Lese- oder Schreibbeschränkungen. Am Ende werde ich noch ganz kurz über Kernelschwachstellen reden. Das heißt, was kann jetzt ein Angreifer machen, damit er irgendwie seine Privilegien erhöhen kann. Und am Ende gibt es dann noch Demos, damit man sieht, dass das alles auch wirklich funktioniert und nicht nur irgendwelche theoretischen Angriffe sind. Ganz am Ende gibt es dann noch die Conclusion. Das heißt, da gehe ich dann darauf ein, was kann man machen, wie kann man das Ganze doch noch härten und wie hat dann der Hersteller reagiert und was ist bis jetzt alles umgesetzt worden, was ist behoben worden und was funktioniert noch. Kurz zu unserer Firma. Ich glaube, die meisten werden uns eh schon kennen. Wir sind in Wien-Neustadt gegründet worden, 2002 und haben unser Headquarter jetzt in Wien mit einem Team von über 60 Security-Experten, das heißt wirklich technische Personen, die technische Security-Audits durchführen, machen wir über 350 Security-Audits pro Jahr und haben jetzt eigentlich schon Officers überall auf der Welt. Falls wer mehr Informationen haben will, wir haben draußen noch einen Stand oder einfach auf unsere Webseite gehen oder einfach nach dem Talk zu mir kommen. Ja, Application-Wightlistening. Die Idee dahinter ist, wenn wir jetzt einen Server haben, läuft auf diesem Server nur eine bestimmte Anzahl von Applikationen und diese ändern sich ziemlich selten. Also zum Beispiel habe ich jetzt einen Web-Server, da rennt nur dieser Web-Server drauf, dann vielleicht noch einen Datenbank-Server, vielleicht auch noch das Antivirus-Produkt, aber die Produkte ändern sich ziemlich selten. Die Idee ist jetzt, ich kann jetzt einfach diesen Server aufsetzen, das heißt, ich habe alle Programme installiert, die ich darauf brauche und anschließend installiert dieses Application-Wightlistening, das heißt, ich erstelle eine Datenbank von Programmen, die jetzt installiert sind. Diese Datenbank heißt jetzt Whitlist und jedes Mal, wenn ich ein Programm ausführe, schaue ich nach, ob das Programm in dieser Whitlist drinnen ist, dann wird die Ausführung erlaubt und wenn es nicht drinnen ist, wird die Ausführung einfach verhindert. Das heißt, mit dieser Möglichkeit, wenn ich mir jetzt irgendwie ein Virus oder so auf meinen PC einfange, wird dieser Virus nicht in der Datenbank sein, das heißt, die Ausführung von dem Virus wird einfach verhindert. So zumindest jetzt die theoretische Idee. Das Ganze wird angewendet, vor allem in SCADA-Umgebungen, zum Beispiel, wenn wir irgendwelche kritische Infrastrukturen haben, sowas wie Stromnetzwerke oder irgendeine Leittechnik, chemische Anlagen und so weiter. Immer Serversysteme, die irgendwelche kritische Infrastruktur beinhalten, die ziemlich wichtig sind, diese Server. Man kann das zum Beispiel auch auf administrativen Workstations haben. Zum Beispiel hat jetzt der Administrator zwei Workstations. Eine, mit dem er normal arbeitet, als normaler Benutzer und eine, auf der er mit dem Domain-Administrator arbeitet. Und diese Workstation wird dann besonders geschützt, zum Beispiel durch Application-Wide Listening. Ein anderes Einsatzgebiet sind dann noch Kiosk-Systeme. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein System habe, wo mehrere Leute darauf zugreifen können, zum Beispiel irgendein PC-System in der Universität, wo mehrere Studenten darauf arbeiten können, kann man das eben auch mit Application-Wide Listening schützen. Zum Application-Wide Listening gibt es jetzt mehrere Lösungen. Ich habe jetzt da ein paar aufgelistet. Ich habe mir dann während einem Projekt die Lösung von McAfee angeschaut. Das gibt allerdings auch von Microsoft eine Gratis-Vision, dieses App-Blocker oder von Bit9, das ist auch noch ziemlich bekannt. Während dem Vortrag heute werden wir uns jetzt speziell auf das von McAfee ansehen. Hauen wir uns das Ganze an. Also ich habe dann während einem Projekt die Lizenz, die Windows-Lizenz bekommen. Es gibt auch eine Linux-Lizenz, allerdings habe ich keine Linux-Lizenz bekommen. Das heißt, heute wird alles nur für Windows sein. Ich habe mir dann für Version 6.1.3, das war damals die aktuellste Version, mittlerweile gibt es zwei neuere Versionen. Am Ende werde ich dann noch auf die Unterschiede zum Sprechen kommen. Habe ich mir dann angeschaut auf Windows XP. Windows XP sollte eigentlich nicht mehr verwendet werden, weil es nicht mehr supportet wird. Allerdings wird Windows XP noch ziemlich häufig in so SCADA-Umgebungen eingesetzt. Das war dann der Grund, weshalb ich mir da noch speziell angeschaut habe. Dann auf Windows 7 und Windows 8.1, da habe ich mir dann auch noch 64-Bit angeschaut, beziehungsweise auf die Serversysteme. Beim Windows 2008er-Server habe ich es allerdings nicht zum Laufen bekommen, weil jedes Mal, wenn ich es dann versucht habe zum Einschalten, hat das normale Betriebssystem nicht mehr funktioniert. Ich habe es mir allerdings auch, zumindest ganz kurz, auf Windows Server 2003 und auf dem 2012er-Server angeschaut. Es war im Prinzip überall das Gleiche. Wenn wir jetzt damit arbeiten, gibt es kein grafischer Oberfläche. Das heißt, wir haben jetzt nur dieses User-Interface, also diese Konsolenanwendung. Das heißt, wir rufen dann da dieses S-Admin-Programm auf und übergeben dahinter eigentliche Befehle. Jetzt gibt es so Befehle wie Disable oder Enable zum Ein- und Ausschalten. Passivität zum Beispiel zum Passwort setzen. Und Solidify ist dann eigentlich der wichtigste Befehl. Den verwenden wir, damit wir diese Whitelister stellen. Das heißt, wir solidifizieren das System. Das wird dann so ausschauen. Das heißt, ich habe jetzt das Programm installiert. Der nächste Schritt wäre, dass ich S-Admin-Solidify aufrufe. Dann innumeriert das Programm durch alle Dateien, die vom Betriebssystem sind. Sagt jetzt, so viele Dateien sind jetzt in meiner Whitelist enthalten. Anschließend muss ich das Ganze noch einschalten, den PC neu starten und ab dann greift dieses Application Whitelist. Das heißt, wenn ich dann irgendwelche Programme probiere zum Ausführen, wie zum Beispiel da so eine Setup-Datei, bekomme ich einfach die Fehlermeldung, ich habe keine Permission drauf. Das heißt, ich habe keine Berechtigung, das zum Ausführen. Das gleiche jetzt für zum Beispiel irgendwelche Skripte, in dem Fall jetzt Test.but, bekomme ich die Fehlermeldung Access is Denied. Jetzt gibt es nicht nur das Feature Application Whitelistening, es gibt noch mehr Features. Das ist zum einen dann diese Write Protection. Das heißt, es wird verhindert, dass Programme, die geweitlistet sind, überschrieben werden. Weil sonst könnte ein Angreifer einfach hergehen und ein vorhandenes Programm, das geweitlistet ist, überschreiben. Oder könnte zum Beispiel in die Datenbank von geweitlisteten Programmen reinschreiben und sein eigenes Programm hinzufügen. Außerdem gibt es noch eine Read Protection. Das heißt, ich kann zum Beispiel das Passwort-Datei, die Passwort-Datei kann ich nicht auslesen, genauso wie die ganzen Konfigurationsdateien oder die Whitelist kann ich ebenfalls nicht auslesen. Dann gibt es noch Memory Corruption Protections, auf die komme ich dann später noch mehr zum Sprechen. Und ein anderes wichtiges Feature von McAfee Application Control sind noch die Updaters. Generell hat man bei Application Whitelistening das Problem mit den Updates. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie eine Liste erstellt, eine Whiteliste erstellt, da sind jetzt mal irgendwelche Library, also Bibliotheken drinnen und jetzt versucht sich ein Programm zum updaten. Zum Beispiel das Betriebssystem Windows tut sich updaten und tauscht natürlich dann die Library-Files aus. Jetzt hat man das Problem, dass die neuen Library-Files nicht in der Whitelist sind. Das heißt, das Betriebssystem würde auf einmal nicht mehr starten oder die Programme würden einfach nicht mehr starten nach einem Update. Und um das Ganze irgendwie zum Umgehen, hat McAfee so Updaters eingeführt. Das heißt, wir haben jetzt da so Updaters und die haben spezielle Berechtigungen, die können im Prinzip alle Schutzmechanismen aushebeln. Das heißt, die können zum Beispiel auf Files schreiben, die write-protected sind, damit können sie einfach Library-Files ersetzen. Oder sie können auch neue Programme starten, die nicht in der Whiteliste enthalten sind. Ich glaube, die Batterie ist leer. Ich glaube, der Präsenter funktioniert nicht mehr. Ich glaube, der Präsenter funktioniert nicht mehr. Ich glaube, der Präsenter funktioniert nicht mehr. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Memory Corruption Protections. Ich habe da einfach nur ein paar Zitate rausgesucht. Also zum Beispiel, man kann jetzt keine Buffer-Off-Low-Attacken mehr auf 32- oder 64-Bit-Systeme machen, eben wegen ihren Memory Protections. Das sind so typische Werbezitate. Also man kann auch keine Zero-Days mehr ausführen oder EPD-Angriffe werden einfach erkannt. Oder da unten, Schwachstellen können über Buffer-Off-Low einfach nicht mehr exploitet werden. Komme ich dann später in einem eigenen Kapitel dazu, wie schwer es war, diese Schutzmechanismen zu umgehen. Ich habe jetzt da noch ein kurzes Übersichtsbild, wie man sieht, wie die ganzen Komponenten miteinander funktionieren oder kommunizieren. Also ich bin als Benutzer, gebe dann einfach Kommandos da bei diesem S-Admin, bei dieser Konsolenanwendung ein. Dann gibt es noch diesen Service, der rennt mit erhöhten Privilegien. Und dieses S-Admin-Programm gibt es jetzt bei Inter-Prozess-Kommunikation, bei Named-Pipes, die ganzen Kommandos im Prinzip da weiter an den Service. Und der Service wird dann im Prinzip die Datenbank, diese Whiteliste erstellen. Und dann gibt es noch einen Kernel-Treiber. Der Kernel-Treiber ist jetzt im Prinzip dazu da, dass er die ganzen Schutzmechanismen dann im Kernel implementiert. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Programm gestartet wird, kann ich dann im Kernel überprüfen, ob dieses Programm in der Whiteliste ist oder nicht. Und User-Mode-Prozesse reden mit den Kernel-Treibern im Prinzip immer mit diesen IOC-TL-Codes, mit diesen Input-Output-Control-Codes und können da Parameter übergeben. Kommen wir direkt jetzt mal zum Application-Whitelistening, also zum Bypassing. Wenn wir jetzt unsere eigenen Programme nicht mehr ausführen können, ist im Prinzip eh klar, was machen wir. Wir verwenden einfach irgendwelche Programme, die schon vorher dort sind, die in der Whiteliste enthalten sind und versuchen diese Programme zum Ausnutzen, dass die irgendwas machen, was wir wollen, irgendwas Bösartiges. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, welche Programme haben wir da zur Auswahl? Im Prinzip haben wir drei Möglichkeiten. Wir können irgendwas nehmen, was von Microsoft Windows selbst mitinstalliert wird, weil es wird auf jedem Betriebssystem dort sein. Da haben wir jetzt allerdings das Problem, dass die Binarys auf Vista zum Beispiel andere sind, als auf Windows 7, als auf Windows 10 und so weiter. Das heißt, da werden wir dann ein paar Probleme kriegen. Ein anderes Beispiel sind Programme, die vom Mac-A4-Application-Control selbst mitinstalliert sind. Das wäre ganz super, einfach weil das Programm immer da ist. Das heißt, wenn wir das umgeben müssen, wissen wir, das Programm ist immer da und dann können wir das immer ausnutzen. Eine dritte Möglichkeit wäre dann noch, dass wir irgendwie andere Programme nehmen, so etwas wie Office, Java, Flash Player, was zwar nicht immer da ist, aber auf fast allen Systemen zum Finden ist. Ich habe jetzt im Prinzip bei allen drei Kategorien dann mehrere Sachen gefunden. So, das Erste, was einem Pentester eigentlich mal einfallen, ist PowerShell. PowerShell ist für Pentester einfach nur wahnsinnig super. Seit Windows Vista gibt es das auf die Betriebssysteme, wird von Mac-A4-Application-Control bei Default gewidlistet. Das heißt, ich weiß, ich kann es immer ausführen und über PowerShell können wir einfach irgendwelche Skripte starten. Und die Skripte können einfach Shell-Code ausführen, das heißt Maschinen-Code ausführen. Das heißt, im Prinzip kann man damit schon Application-Wide-Listening vollständig umgehen. Wenn wir uns jetzt überlegen, also da sieht man das noch, PowerShell-Skripte kann ich bei Default nicht ausführen, allerdings kann ich immer ein Skript hier direkt als Argument mit übergeben. Das heißt, ich kann PowerShell aufrufen mit dem Argument encoded und dann kann ich da bis 64 encoded das Skript mit übergeben und das wird dann im Prinzip gleich ausgeführt. In dem Fall ist das jetzt nur das Kommando, dass ich einen Taschenrechner starte, was man da jetzt sieht. Die nächste Frage ist jetzt, was für Skripte starten wir? Da kann man einfach zu diesem PowerSploit schauen. Das ist einfach so eine Ansammlung von verschiedenen PowerShell-Skripten. Die findet man auf GitHub. Da findet man Beispiele wie zum Beispiel DLL-Injection, PE-File-Injection. Das heißt, PE-File-Injection können wir schon mal jede Excel-Datei einfach in den PowerShell-Prozess laden und ausführen. Das heißt, eigentlich zu dem Zeitpunkt wären wir schon fertig und hätten die Application-Write-Listering schon vollständig umgangen. Wir können auch Shell-Code ausführen oder Keylogging starten, Port-Scanning, Mimik-Cuts zum Pass, Klartext-Passwort-Dumpen und so weiter. Das ist jetzt zum Beispiel das Skript, das ich verwende zum PowerShell, also zum Shell-Code ausführen. Das ist vom Social Engineering Toolkit. Das werden wir später noch in die Demos sehen. Ich werde jetzt da nicht im Detail drauf eingehen, aber wenn es wen interessiert, kann er es sich nachher noch gerne bei den Slides anschauen oder einfach kurz herkommen, dann kann ich es auch gerne erklären. Kurz nochmal zur Zusammenfassung. Wenn wir PowerShell ausführen können, können wir schon Shell-Code ausführen und jede Excel-Datei im Prinzip ausführen. Jetzt ist allerdings die Frage, wie starten wir PowerShell? Ich kann es nicht einfach in einem Bud-Skript abspeichern, weil Bud-Skripte auch einfach geweitlistet sind. Das heißt, ich kann das Bud-Skript nicht ausführen. Meine Idee war jetzt, ich habe dieses große Ziel von Code-Execution bekommen in zwei kleine Ziele unterteilt. Das heißt, das erste Ziel ist jetzt in dem Fall Basic-Code-Execution. Das heißt, ich möchte jetzt in irgendeiner Art und Weise mal Skripte ausführen können. Und über diese Skripte starte ich dann die Programme, die mir dann erlauben, Shell-Code zu ausführen. Das wäre dann der zweite Schritt. Das ist zum Beispiel PowerShell. Ich starte dann über das Skript PowerShell und PowerShell kann dann direkt den Shell-Code ausführen. Kommen wir mal zu den ersten Beispielen, Basic-Code-Execution. Fangen wir mal ganz leicht an. Das heißt, wenn ich direkt vor dem PC-System sitze, das kann ich einfach PowerShell eintippen. Das ist noch ziemlich einfach. Das kann ich zum Beispiel machen, wenn da so Kiosk-Systeme sind oder Social Engineering-Angriffe, wenn ich irgendwo einbriche und dann vor dem PC sitze. Das Ganze kann man dann ein bisschen weiter treiben. Ich kann dann einfach sagen, ich habe jetzt so einen bösartigen USB-Stick. Da kann man sich im Internet kaufen, so ein Rubber-Tackes-USB-Stick. Schaut aus wie ein USB-Stick, ist in Wirklichkeit eine Tastatur. Das heißt, wenn ich das Ganze anstecke, interagiere das als Tastatur und gebe dann bestimmte Sachen ein, die ich vorher konfiguriert habe. In dem Fall würde ich jetzt notepad.exe eingeben, aber ich kann da natürlich auch konfigurieren, dass er einfach PowerShell eintippt. Das waren jetzt eigentlich noch die einfacheren Beispiele. Was kann man noch machen? Wenn wir jetzt dieses typische Angriffsszenario haben, ich schicke meinen Opfer an eine Datei, das Opfer drückt auf die Datei und ist dann infektet. Das funktioniert jetzt normalerweise nicht, weil diese Exe-Dateien oder Butt-Dateien und so weiter einfach blockiert werden. Allerdings gibt es da viele mehr. Und ich habe mir das dann angeschaut, McAfee Application Control testet da wirklich, ich glaube auf 200 oder auf 300 verschiedenen Extensions. Manche davon habe ich selber noch nie gehört. Allerdings haben sie selber da ein paar vergessen. Das eine ist zum Beispiel HTA-Dateien. Das sind HTML-Applications. Das ist im Prinzip, auf der Seite sieht man das, das ist nur eine HTML-Datei, wo man Visual Basic Script vor B-Script ausführen kann. Und da kann ich zum Beispiel sagen, ich hole mir einfach dieses ActiveX-Objekt, das B-Script heißt und über das kann ich zum Beispiel den Taschenrechner starten oder aber auch PowerShell und dann über PowerShell meinen Shell-Code ausführen. Das gleiche geht dann mit JavaScript im Prinzip. Bei JavaScript kann ich das ganz gleiche machen und kann auch Taschenrechner ausführen oder PowerShell. Eine dritte Möglichkeit sind dann noch File-Shortcuts, das heißt ich kann einfach einen Shortcut auf PowerShell erstellen und wenn man dann drauf drückt, wird der ganze Code ausgeführt. Wird ebenfalls von Application Wide Listening erlaubt. Wird dann so aussehen. Und wenn ich drauf drücke, wird das Ganze ausgeführt. Ein letzter einfacher Weg sind dann noch Web-Application-Vulnerabilities, das heißt bei all den ganzen Schwachstellenklassen hier, zum Beispiel SQL-Injection, wenn es schlecht konfiguriert ist, kann ich über eine SQL-Injection eine WebShell hochladen und über die WebShell kann ich dann Kommandos ausführen. Wenn ich Kommandos ausführen kann, kann ich wieder einfach PowerShell ausführen. Das heißt, das sind auch noch mehr leichte Möglichkeiten dafür. Ein anderer interessanter Angriff sind Pest-the-Hash-Angriffe, das heißt, das sehe ich ziemlich oft bei internen Audits. Ein internes Audit läuft im Prinzip so, dass ich zum Kunden fahre, ich habe dann so einen automatisierten Schwachstellenscanner dabei, den lasse ich mal starten und das ganze Netzwerk abscannen und nebenbei werde ich dann selbst noch irgendwie die Webseiten auditieren und nach Schwachstellen absuchen und entweder findet dann dieser Schwachstellenscanner eine Schwachstelle oder ich selbst während den Webseiten während den Webseiten audit. und das heißt, in 99,9 Prozent kann ich immer zumindest einen Server kompromittieren beim Kundenprojekt, beim internen Kundenprojekt. Und was ich da machen kann, ist, ich kann die lokalen Hashwerte dumpen. Das Problem ist, dass viele Administratoren für alle Server das gleiche lokale Administrator-Passwort verwenden. Das heißt, der Hashwert ist bei allen Systemen gleich. Und aufgrund von einem Designfehler von Microsoft reicht es mir aus, den Hashwert zum Wissen. Das heißt, ich muss nicht das Klarex-Passwort wissen, sondern ich kann den Hashwert nehmen und mich mit diesem Hashwert beim nächsten System anmelden. Das mache ich dann im Prinzip so lange, bis ich irgendein System finde, wo ich im Speicher das Klarex-Passwort von einem Domain-Administrator finde. Mit dem Klarex-Passwort kann ich mich dann am Domain-Controller anmelden und da habe ich im Prinzip die ganze Domain übernommen. Das heißt, das Tool der Wahl ist hier vom Metasploit PS-Exec. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ich habe jetzt ein System übernommen, das ist jetzt da, dieses System mit IP 139, rufe dann Hashdump auf und bekomme hier den Administrator-Hash raus. Den Hashwert benutze ich dann weiter mit diesem PS-Exec-Programm, setze diesen Hashwert und sage, ich möchte jetzt dieses neue System angreifen mit der IP 13133. Und bekomme dann im Prinzip da eine Shell und kann auf dem System weiter nach Daten suchen oder irgendwas machen. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt Application-Witlisting einsetze, funktioniert dieser Angriff so nicht mehr. Damit man den Grund dafür findet, muss man einfach nur in den Source-Code schauen von Metasploit. Den findet man hier in der Datei. Das wäre jetzt im Prinzip das Kommando, das ausgeführt wird. Schaut jetzt ein bisschen komplizierter aus, als das wirklich ist. Also auf dem nächsten Slide habe ich das dann nochmal aufgelistet. Wenn ich über dieses PS-Exec-Programm who am I ausführen will, wird dieser Befehl da draus. Das heißt, ich rufe cmd-exe auf, übergebe ein Kommando und dieses Kommando ist dann der ganze Teil hier. Das heißt, ich schreibe mal mit Echo den Teil hier nach Temp.but. Danach rufe ich nochmal cmd-exe auf. Die cmd-exe startet nochmal cmd-exe und das ruft dann dieses Temp-File aus. Das heißt, im Prinzip rufe ich nur dieses Temp-File auf und in dem Temp-File steht dann der Befehl who am I drinnen und die Ausgabe wird dann nach random name gepipet. Der Grund, warum das so kompliziert ist, ist einfach, dass ich irgendwelche Antiviren-Systeme umgehen kann, irgendwelche Heuristiken umgehen kann. Und da sieht man schon, warum das Ganze nicht funktioniert, einfach weil dieses But-Skript nicht in der Whitelist enthalten ist und deshalb wird die Ausführung verhindert. Und man sieht, es ist eigentlich ziemlich leicht zum Umgehen. Ich muss einfach diesen Befehl hier abändern, sodass cmd-exe direkt mein HUMI ausführt. Den Zwischenschritt über dieses But-Skript brauche ich gar nicht. Und das ist eigentlich bei den meisten Angriffe so. Die Standardangriffe werden verhindert, allerdings für mich als Angreifer ist es ziemlich einfach. Ich brauche eine Minute, zwei Minuten, dass ich das hier modifiziere, dass es wieder bei Application Whitelistening funktioniert. Das heißt, hier wäre das modifizierte ComSpec, ist im Prinzip nur cmd.exe und dann führe ich direkt mein Kommando aus. Das wäre dann in dem Beispiel wieder PowerShell mit dem Shell-Code. Kommen wir jetzt zu den Full-Code-Executionen-Beispiele. In allen Beispielen bisher habe ich immer nur PowerShell ausgeführt. Jetzt könnte natürlich ein Administrator sagen, okay, ich lösche einfach PowerShell raus aus der Whitelist, dann bin ich sicher oder der Hersteller könnte das sagen. Das Problem ist einfach, es gibt ganz, ganz viele solche Programme, die ein Angreifer ausnutzen kann. Zum Beispiel RunDLL32 kann verwendet werden, um eine DLL-Datei zum Laden und eine Funktion zum Ausführen. Das heißt, ich kann mir damit selber dann so ein Buffer-Offload zusammenbauen und dann Code rein injecten. Oder so Script-Interpreter, also Python oder Perl können auch alle verwendet werden, falls sie installiert sind und geweitelistet sind, um Shell-Code zum Ausführen. Das heißt, ich kann über den Buffer meinen Shell-Code reinschreiben. Es gibt aber noch mehr Beispiele. Also ich habe mir dann angeschaut, diese Beispiele, die in der wirklichen Welt passieren. Das heißt, Social Engineering-Angriffe, da ist ziemlich häufig, sind diese Java-Applets. Also wenn wir so Social Engineering-Angriffe machen, schicken wir zum Beispiel eine gefälschte eine Phishing-Mail raus und sagen, geh auf die Webseite, da kannst du deinen Weihnachtsbonus zum Beispiel berechnen. Du musst nur dieses Java-Applet den Weihnachtsbonus dann ausführen. Da drücken eigentlich fast alle dann drauf. So ein normales Java-Applet, so ein normaler Angriff würde dann so aussehen, ich habe dann irgendwie meine Ressourcen, meine Malware drinnen, die dampe ich dann raus, irgendwie nach Temp und dann führe ich es direkt über CMTX aus. Funktioniert dann natürlich wieder nicht, eben weil diese Malware hier nicht geweitlistet ist, nicht ausgeführt wird. Jetzt könnte ich natürlich wieder einfach modifizieren, PowerShell stattdessen ausführen und das Kommando mit übergeben. Wir haben aber gesagt, wir wollen das Ganze jetzt ohne PowerShell machen. Das funktioniert auch, weil wir können im Java-Prozess selbst direkt Shell-Code injecten. Da gibt es einen ziemlich coolen Talk, den findet man auf YouTube. Java-Shell-Code-Execution ist ein bisschen komplizierter, aber man kann sich das einfach auf YouTube anschauen oder auf GitHub den Code anschauen. Das heißt, ich kann dann direkt meinen Shell-Code im Java-Prozess ausführen, was dann wieder Application-Wertlist komplett umgeht. Das gleiche funktioniert bei Office-Makros. Das heißt, ich kann entweder wieder PowerShell starten oder direkt im Office-Programm, also in Excel zum Beispiel, meinen Shell-Code ausführen. Dazu gibt es dann dieses Skript hier. Das Skript funktioniert allerdings nur auf 32-Bit-Prozessen, kann man aber ziemlich einfach modifizieren, dass es auf 64-Bit auch funktioniert. Man muss einfach jeden Long mit Long-Pointer austauschen und vor jeder Funktionsdefinition einen Pointer safe setzen. Dann funktioniert es auf 64-Bit genauso. Ein anderer interessanter Angriffspunkt sind Memory-Corruption-Exploitation. Das heißt, ich sage jetzt dem Benutzer, gehe auf meine Webseite und dann habe ich irgendeinen Browser-Exploit und dann wird direkt ein Browser-Exploiter. Das heißt, mein Shell-Code beginnt zum Laufen direkt im Browser. Und da der Browser geweitlistet ist, bringt Application-Wertlisting in dem Fall gar nichts. Ein anderer interessanter Punkt wäre, wenn ich schon Basic-Code-Execution habe, das heißt, ich kann jetzt irgendeinen Skript ausführen, sowas wie VB-Skript, allerdings funktioniert zum Beispiel PowerShell nicht und die ganzen anderen Angriffsszenarien funktionieren nicht. Dann kann ich mir einfach irgendeine lokale Applikation suchen und dort einfach einen Buffer-Offload oder irgendwas ausnutzen oder einen Use of the Freebug oder Formats oder was auch immer. Das Problem ist nämlich, bei solchen lokalen Applikationen werden solche Schwachstellen ziemlich selten gefixt, weil es im Normalfall keinen Sinn macht, dass ich das exploite. Es macht eben nur Sinn, wenn ich so Application-Wertlisting umgehe, weshalb man ziemlich schnell sowas findet. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht, nach so einer lokalen Applikation und habe mir dann gedacht, okay, ich könnte jetzt entweder irgendwas vom Betriebssystem suchen. Da habe ich allerdings das Problem, die Entwickler von Betriebssystemen, die kennen sich schon ganz gut aus. Das heißt, die werden so Schutzmechanismen wie ASLR, Data Execution Prevention, SafeSea und so weiter, Control Flow Guard und so weiter aktiviert haben. Außerdem habe ich das Problem, dass auf verschiedenen Betriebssystem-Versionen wird wahrscheinlich die Version ein bisschen anders sein, was beim Exploiten dann ziemlich schwierig wird, weil da müsste ich einen Exploit für Windows 7 schreiben, einen für Windows Vista, eine für Deutsch-Version, eine für Englisch-Version und so weiter. Das könnte dann kompliziert werden. Was ich mir dann stattdessen gedacht habe, ist, ich schaue einfach mal nach, was MacA4 Application Control mit installiert und ob ich dort irgendwo was finde. Weil dann weiß ich, ich habe immer das gleiche Binary, die gleiche Version und die kennen sich vielleicht nicht ganz so gut aus, wie die Leute, die Betriebssysteme entwickeln. Ich bin dann auch ziemlich schnell fündig geworden. Diese ZIP-Datei, also ZIP.exe wird mit installiert, ist von 1999, was schon mal ganz gut ist, zumindest für mich, weil 1999 hat es noch keine Schutzmechanismen wirklich gegeben. Das heißt, ich weiß, dass dieses Programm keine Schutzmechanismen hat. Ja, es ist eben für Windows 98 kompiliert worden oder 95. Hab dann mich im Internet auf die Suche gemacht. InfoZIP 2.3 habe ich gleich gefunden, Execute Code Overflow, was sich schon mal ganz gut anhört. Das da ist rot, das schaut auch ganz gut aus. Allerdings gibt es keine Public-Informationen dazu, wie man das Ganze ausnutzen kann und es steht auch nicht dabei, wo genau die Schwachstelle ist. Das heißt, was ich als nächstes gemacht habe, ist ich einmal den Source Code angeschaut, weil das Source Code ist davon Public Available, also Public verfügbar. Ihr könnt es kurz mal schauen. Also kurz als Tipp, der obere Teil ist nicht wichtig, weil wir nicht vormest sind, wir sind da in dem unteren Teil. Die Schwachstelle ist eigentlich ziemlich leicht zu finden. Ich gehe da einfach mal kurz weiter. Es ist ziemlich einfach, also wir rufen, Error-Buff hat eine fixe Größe und wir schreiben danach, also mit String-Cut, wir konkurrieren zwei Strings, schreiben argv rein, das heißt argv ist von mir bestimmt als Benutzer, das heißt, ich kann da irgendwas eingeben, was größer ist als Error-Buff und habe einen normalen Buffer-Wall-Flow. Ich habe übrigens genau den Quellcode mit einem Source-Code-Analyse-Tool durchsucht, das ziemlich teuer eigentlich ist und genau die Schwachstelle hat es nicht gefunden. Ich glaube, ich habe 100, 200 andere Schwachstellen gefunden, die alle nicht exploitable waren. Ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Schwachstelle drinnen, die exploitable ist und die hat es eben genau die nicht gefunden, so als kleine Randnotiz. Ja, wenn man das Ganze jetzt aufruft mit ziemlich vielen A's, sieht man gleich, Zip.exe funktioniert nicht mehr. Das Ganze kann man sich dann noch im Debagger anschauen. Also man sieht jetzt da, ich habe Kontrolle über das Register ERX, 6.1 sind die A's und dorthin wird geschrieben an 2.0. Man kann sich das jetzt dann noch genauer anschauen, was da genau passiert, aber ich habe jetzt dann einfach nur da exploitable aufgerufen, das ist so eine Extension, wo man sieht, ob das ausnutzbar ist oder nicht, man sieht eben, es ist exploitable. Sieht man aber allein schon mal an der Instruktion da oben und dem Registerinhalt. Wenn man sich das Ganze genau noch anschaut, also es gibt keine Schutzmechanismen, es ist ein Buffer-Flow in der BSS-S-Section, das heißt ich kann dort zwei Zeige überschreiben, das heißt ich kann die zwei Aufrufe im Prinzip kontrollieren und mit denen kann ich dann meinen eigenen Code ausführen. Allerdings hat McAfee Application Controller diese Memory Corruption Protections. Das heißt, ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie gut die funktionieren oder was die machen. Das heißt nochmal hier, dieses Zitat, also Buffer-Flows können auf einmal nicht mehr exploitet werden durch ihre Schutzmechanismen. Unter Windows XP schaut das Ganze so aus, also MP steht für Memory Protection, dann gibt es dieses Casp und Wasser. Casp ist standardmäßig aktiviert, Wasser auf Windows XP nicht. Auf Windows 7 ist dann dieses Force Relocation dazukommen und alles enabled und auf Windows 8 ist vor allem alles verschwunden, da gibt es auf einmal nicht mehr auf Windows 8. Komme ich gleich noch darauf zum Sprechen, warum. Ich habe mir dann gedacht, ich nehme jetzt einfach irgendwelche Exploits her, starte die, schaue an, warum es nicht funktioniert und probiere dann zu versuchen, irgendwas zum Ändern, dass es wieder funktioniert. Also habe ich diese ersten Exploits hergenommen. Demo bitte starten. Also da sieht man, die ganzen Schutzmechanismen sind aktiviert. In dem Fall ist es jetzt ein Firefox-Exploit, das heißt, ich starte jetzt Firefox. Ich würde jetzt meinen Opfer irgendwie auf meine Webseite locken. In dem Fall ist es jetzt nur ein lokales HTML-File. Ich könnte das auch direkt ausführen lassen. In dem Fall habe ich jetzt noch so einen Go-Button für mich selber gehabt zum Debuggen. Wenn ich da drauf drücke, sehe ich, der Taschenrechner wird einfach gestartet, also der Taschenrechner. Ich fülle dann einfach den Shell-Code aus, der den Taschenrechner startet, damit ich sehe, ob der Code funktioniert oder nicht. Ich könnte natürlich auch eine Reverschelle oder irgendwas anderes starten. Das heißt, mein erster Exploit hat einfach funktioniert, ohne dass ich irgendwas modifizieren habe müssen. Okay, die Firefox-Schwachstelle war jetzt ein Integer-Overflow. Sie haben ja vorher in dem Zitat geschrieben, Sie können nur ein Buff-Overflow erkennen. Also habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt mal ein Buff-Overflow aus. Also habe ich diesen VLC-Exploit genommen und ausprobiert. Ich skippe jetzt nochmal kurz die Demo aus Zeitgründen, aber im Prinzip es funktioniert genauso. Hat wieder ohne irgendeine Modifikation funktioniert. Als dritter Tester habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Alle meine Exploits haben einfach funktioniert, ohne dass ich irgendwas ändern habe müssen. Also habe ich mir das Ganze im Debugger angeschaut. Das heißt, wenn wir uns das Ganze anschauen, ohne MacG4-Application-Control enabled, schaut das Programm so aus und mit MacG4-Application-Control kommt jetzt dieser SC-Inject-DLL-Datei dazu. Das heißt, in jedem Prozess, der protected ist, wird diese Datei injected, dieses Library-File. Und dann bekommen wir auf einmal ganz, ganz viele Access-Violations, das heißt so Exceptions, weil irgendeine Instruktion versucht, an dieser Adresse zum Lesen. Das heißt, mein nächster Schritt war jetzt dann, ich schaue nach, was ist an dieser Adresse. An dieser Adresse ist der PE-Header, das heißt der Start von Libre-File-Kernel-32, DLL, der ist normalerweise lesbar. Mit MacG4-Application-Control enabled, ist dieser Header nicht mehr lesbar. Und das ist auch der Grund, warum ich ganz viele Exceptions bekomme, weil irgendeine Instruktion versucht, von dort zum Lesen. Und weil der Header nicht lesbar ist, löst das eine Exception aus. Wenn diese Exception ausgelöst wird, kann dann Code vor MacG4-Application-Control anfangen zum Ausführen und der kann dann irgendwelche Checks machen. Zum Beispiel ist die Instruktion, die ich jetzt probiert habe, von da zum Lesen, ist die ausführbar. Wenn nicht, dann kann ich sagen, okay, das wird Shell-Code sein, das ist irgendwas Bösartiges. Also im Prinzip setzen sie so etwas wie Software-Tab um, also Software Data Execution Prevention. Allerdings haben neuere Betriebssysteme Data Execution Prevention schon standardmäßig dabei, wenn die Hardware das Ganze supportet. Aber heutzutage supportet im Prinzip jede Hardware Data Execution Prevention. Das heißt, wenn ich meine Exploys auf aktuellen Betriebssystemen schreibe, muss ich sowieso Data Execution Prevention umgehen. Und wenn ich Data Execution Prevention schon umgehen muss, umgehe ich ihren Schutzmechanismus gleich mit, weil das im Prinzip nur schwächer ist als Data Execution Prevention. Ich habe dann im Prinzip da auch noch ein bisschen Shell-Code entwickelt, um nur ihren Schutzmechanismus zu umgehen, wenn es kein Data Execution Prevention gibt. Aber das ist jetzt nicht wirklich interessant, deshalb skippe ich das jetzt einfach mal. Was anderes, was ganz interessant ist, ist, dieses Library File, das in jedem Prozess injected wird, allokiert hinter NTDLL, Speicherplatz, der ausführbar ist und beschreibbar ist, was komplett schwachsinnig ist. Wenn man da schaut, es gibt keinen anderen Speicherbereich, der ausführbar ist und beschreibbar ist, weil es einfach Data Execution Prevention vom Betriebssystem aushebelt. Das heißt, im Prinzip, wenn man den Schutzmechanismus da aktiviert, macht man den Schutzmechanismus vom Betriebssystem im Prinzip unwirksam oder schwächt ihn zumindest ab. Das ist schon mal ganz böse. Ja, da wäre jetzt noch kurz der Shellcode, den ich entwickelt habe, zum Umgehen, den kann man sich vielleicht nachher noch anschauen, wenn es einen interessiert. Also man sieht jetzt, dieses CASP ist im Prinzip das gleiche, was das Betriebssystem schon hat, das ist jetzt Data Execution Prevention, Wasser ist jetzt Aserler vom Betriebssystem, Forced Relocation hat auch das Betriebssystem, das ist mit Windows 8.1 eingeführt worden, beziehungsweise auf Windows 7 gibt es einen Patch, dass man das nachrüsten kann. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt, das ist jetzt Work, User Account Control. Die ganzen Techniken, die ich bis jetzt gezeigt habe, funktionieren als normaler Benutzer. Später, also in den nächsten Slides zeige ich dir noch ein paar andere Techniken, die meisten davon funktionieren auch als normaler Benutzer. Es gibt aber eine Technik, für die brauche ich administrative Privilegien. Allerdings ist es nur so eine Technik, mit der es im Prinzip leichter ist, das Ganze zum Umgehen. Das heißt, man kann es auf jeden Fall auch als normaler Benutzer umgehen, was man dann in die Demos auch sehen wird. Wenn wir jetzt einen Benutzer haben, der als Administrator eingeloggt ist, müssen wir allerdings aber dieses User Account Control noch umgehen, bevor wir mit dem Administrator Token irgendwas machen können. Das heißt, ab Windows Vista dieses User Account Control geben, das heißt, wenn ich mich als Administrator einlogge, gibt es jetzt zwei Token, den normalen Token für den normalen Benutzer und den Token für den Administrator. Jedes Mal, wenn ich auf diesen Token hier als Administrator zugreifen will, muss ich zuerst einen von diesen Dialogen da bestätigen. Ich glaube, den hat jeder schon mal gesehen. Jetzt gibt es mehrere Methoden, wie man dieses User Account Control umgeht. Ich habe heute leider nicht genug Zeit, dass ich da im Detail drüber spreche. Da gibt es zwar wirklich coole Techniken drüber, aber man sieht schon, zum Beispiel von Metasploit, wenn ich da einfach Run Bypass Urg eingib, funktioniert das nicht, weil da so eine Exe-Datei wieder rausgeschrieben wird, die Exe-Datei ist nicht geweitlistet, das heißt, eh klar, so wird das nicht funktionieren. Man müsste es dann direkt im Shellcode selbst machen. Aber auch die einzelnen Techniken funktionieren die meisten nicht mehr. Zum Beispiel diese Sysprep-Methode, das ist die Standardtechnik, die funktioniert nicht. Das Problem ist, bei den ganzen Techniken hier lege ich immer irgendeine DLL-Datei aufs System und probiere diese DLL-Datei zum Laden. Und die DLL-Datei ist ja nicht geweitlistet, deshalb funktioniert es nicht. Allerdings gibt es jetzt mehrere andere Techniken, die noch funktionieren. Das ist zum Beispiel hier über das Application-Compatibility-Toolkit, mit dem man extrem viele coole Sachen machen kann. Kann man das Ganze umgehen? Ich habe leider jetzt nicht genug Zeit, dass ich darüber rede. Wenn es mich interessiert, einfach kurz nachher zu mir herkommen, kann ich es gerne auch noch erklären. Oder, das ist zum Beispiel eine ganz leichte Methode, es gibt dieses COM-Interface, das heißt als Security Editor, das ist bei der Simpta-Mallware verwendet worden. Da gibt es einfach die undokumentierte Funktion, die heißt einfach Disable User Account Control. Und die anderen Methoden können wir natürlich selber auch noch tweaken, indem wir, da komme ich dann später noch darauf zum Sprechen, wie man das macht. Jetzt komme ich dazu, wie wir Lese- und Schreibbeschränkungen umgehen können. Es gibt jetzt, wie schon gesagt, es gibt so spezielle Prozesse, die können eben die ganzen Beschränkungen aushebeln. Das sind zum einen diese Update-Prozesse, damit die ja Updates durchführen können und zum anderen ist es dieser Service, weil der kann nämlich alles lesen. Das heißt, mit Updaters können wir so Write-Protection umgehen und mit dem Service können wir eben so Read-Protections umgehen und können wir dann ziemlich viele coole Sachen damit machen. Updaters, da sehen wir jetzt nochmal die Liste, also die meisten Updater sind einfach nur von McAfee selber, damit ihre eigenen Produkte noch funktionieren. Aber es ist auch sowas dabei wie Apache oder von Adobe irgendwas, Java-Updater ist dabei und ja, das war's im Prinzip. Das heißt, wenn wir uns das jetzt anschauen, Test.exe ist in dem Fall jetzt geweitlistet. Wenn ich jetzt probiere, Test.exe über Test.exe zum Schreiben, bekomme ich ein Exes denied, eh klar, wegen der Write-Protection. Das heißt, in Test.exe steht jetzt Old drin. Wenn ich jetzt allerdings meinen eigenen Updater hinzufüge und der Updater den Kopiervorgang macht, funktioniert das ohne Probleme. Das heißt, ich habe jetzt einfach Test.exe überschreiben können. Das heißt, da sehen wir, ein Updater hebelt im Prinzip diese Write-Protection aus. Was machen wir jetzt? Wir starten einfach so einen Update-Prozess. Da wir uns selber starten, rennt er mit normalen Privilegien. Das heißt, ich kann einfach meinen eigenen Code hineinin-injecten. Das heißt, ich kann dann einfach sagen, öffne den Prozess, allokiere Speicher, schreibe meinen Shell-Code drüber und dann beginne den Speicher zum Ausführen. Wird dann im Prinzip so aussehen, also ich habe jetzt da ein Skript-File stattdessen, Test.but, da steht jetzt Old drinnen. Wenn ich probiere zum reinschreiben, bekomme ich wieder Exist.anite. Dann rufe ich meinen eigenen Exist.anite auf. Der injectet sich zum Beispiel in den Java Update-Prozess, allokiert dort Speicher, führt den Shell-Code aus und dann wird einfach Test.but überschrieben mit New. In dem Fall, eine Exist.anite dürfte ich normalerweise nicht ausführen. Das würde ich dann normalerweise direkt im Shell-Code machen, zum Beispiel im PowerShell-Script oder irgendwas. Oder direkt eben im Browser, wenn ich eine Memory Corruption Exploitation mache. Und dieser Java Update-Prozess ist eben standardmäßig bei den Updaters dabei enthalten. Was ich auch machen kann, ist, also die ganzen Techniken bisher haben als normaler Benutzer funktioniert. Ich kann allerdings auch meinen Code da in diesen Service hinein checken. Der rennt allerdings mit Systemprivilegien. Das heißt, dazu muss ich eben dieses User Account Control umgehen. Und dazu muss auch der Benutzer als Administrator eingeloggt sein. Dafür kann ich aber einfach die Passwort-Datei löschen. Und wenn die Passwort-Datei gelöscht ist, kann ich einfach sagen, S-Admin-Disable und der Schutzmechanismus ist komplett ausgeschalten. Das ist im Prinzip dann der einfachste Angriff, den ich machen kann. Kommen wir noch ganz kurz zur Kernel-Schwachstellen. Da gehe ich noch ganz kurz drüber. Es gibt diesen Kernel-Treiber, der hat eben mehrere Schwachstellen. Und die kann jetzt einen Angriff natürlich ausnutzen, um Code im Kernel zum Ausführen. Das heißt, wenn jetzt der Benutzer nicht der Administrator ist, also ein normaler Benutzer, kann ich dann diese IOS-ITL-Codes an den Kernel schicken, dort zum Beispiel am Buffer-Offload oder irgendwas ausnutzen. Und dann würde ich Code im Kernel ausführen können. Das heißt, ich hätte Systemprivilegien. Das sind eben die folgenden IOS-ITL-Codes. Die haben alle Schwachstellen. Das sieht man da zum Beispiel. Wenn man da in so einen schickt mit blöden Parametern, kriegt man direkt einen Blue Screen und das Betriebssystem schnitt es einfach ab. Kommen wir kurz noch zu den Demos. Ich schaue mal ganz kurz, wie ich in der Zeit bin. Perfekt. Können wir die Demos starten? Also man sieht, also das ist Windows 8.1. Ich starte das ganze Programm da als Administrator. Tippe jetzt da ein S-Admin-Status. Das heißt, ich schaue mal an, das Ganze ist dabei noch disabled. Rufe jetzt als nächster Solidify auf. Das heißt, jetzt durchsucht er das ganze Betriebssystem nach Dateien und erstellt diese Datenbank. Ich gehe da mal kurz weiter zur nächsten Demo. Da sind wir jetzt dann. Können wir die starten? Also da sieht man jetzt, es ist fertig nach elf Minuten. Ist er fertig. In dem Fall hat er jetzt nur 42 neue Dateien gefunden, weil ich sie eben schon einmal solidifiziert gehabt habe. Dann habe ich jetzt da Enable eingeben, dass das Schutzmechanismus aktiviert wird. Startet schnell das Betriebssystem neu, damit die Schutzmechanismen greifen. Ich habe eher ein bisschen weggeschnitten von der Demo, aber da sieht man dann, dass wir nicht zu lange warten müssen. Ich logge mich jetzt nicht mehr als Administrator ein, sondern als normaler Benutzer, damit wir eben sehen, die ganzen nächsten Demo sind jetzt alles als normaler Benutzer, dass man sieht eben, das funktioniert wirklich als normaler Benutzer auch. Wenn ich jetzt noch einmal die... Okay, ich habe gerade das Versehen weitergedrückt. Ja, im Prinzip können wir eh überspringen. Ich hätte jetzt nur gesehen, ich kann die Programme nicht mehr starten. Machen wir bitte nochmal ausführen. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine geweitlistete Datei, die sehe ich, die kann ich ausführen. Wenn ich die Datei jetzt kopiere und da nochmal einfüge, sehe ich, dass ich die Datei nicht ausführen kann. Jetzt sehe ich wieder, so eine Fehlermeldung bekomme ich, eben weil die Datei nicht geweitlistet ist. Die kann ich auch löschen, weil die ja nicht geweitlistet ist. Allerdings kann ich die geweitlistete Datei nicht löschen. Da sehe ich, zuerst sagt er, er möchte es als Administrator noch probieren. Zweitens, ich muss jetzt da die Zugangsdaten für Administrator eingeben. Da sehe ich auch, selbst als Administrator kann ich diese Datei nicht mehr löschen. Mein nächster Schritt ist jetzt, das ist jetzt unter Linux, mein Angreifer-PC. Das ist einfach Kali Linux, kann sich jeder gratis runterladen. Da verwende ich jetzt das Social Engineering Toolkit, um meinen P-Low zu erstellen. Eins für Social Engineering Angriff, zehn für PowerShell-Angriffsvektor, eins, damit man einen Shell-Code checkt. Dann zeige ich nur noch, wohin sich dieser P-Low zurückverbinden soll, das heißt meine eigene IP-Adresse. Dann zeige ich jetzt da, ich möchte jetzt noch keine Liste mehr starten, das mache ich dann später. Sieht noch, da, das ist der Pfad, wo jetzt dieser P-Low erstellt worden ist. Da gehe ich jetzt dann hin, da sehe ich, das ist genau mein PowerShell-P-Low, den kann ich jetzt genau so hernehmen und kann damit jetzt, also jetzt bin ich wieder unter meinem Angriffs-PC, also mein Opfer-PC im Prinzip, dem muss ich jetzt irgendwie diesen Virus schicken, das kann ich bei E-Mail machen, bei USB-Stick, auf irgendeine andere Art und Weise. Man sieht jetzt, das ist jetzt ein HTA-File, wenn man das anschaut, da ganz das Gleiche wie vorher, ich rufe am Ende, nachher sieht man es noch mal ganz kurz. Also im Prinzip, ich führe nur den P-Low aus und danach schließe ich das Window gleich wieder, als man es nicht sieht. Gehen wir da vielleicht auf das nächste Video gleich. Das sieht man jetzt noch einmal. Also jetzt führen wir das aus, im Prinzip der Benutzer sieht gar nichts. Ganz kurz hat man es gesehen. Ich könnte jetzt natürlich auch irgendein Programm als Fake einfach starten, damit es ausschaut, als wäre es wirklich irgendein normales Programm, irgendein Spiel oder irgend sowas. Auf jeden Fall, beim Angreifer sehen wir jetzt, eine Session ist gestartet worden, das sieht man jetzt nur ziemlich klein. Gleich wird es größer. Das sind jetzt die Programme, die laufen. Man sieht jetzt, das ist die Process-ID von mir. Das heißt, ich bin zur Zeit in dem PowerShell-Programm drinnen. Ich bin zur Zeit am Desktop, da habe ich dann kurz die Syntax falsch eingeben, das heißt dann der richtigen Syntax, da lade ich einfach irgendeine Excel-Datei auf, die ich eben ausführen will, in dem Fall jetzt nur Putty, könnte aber auch mein Virus sein oder irgendwas anderes. Jetzt sage ich Putty.exe oben, wenn ich es direkt ausführen will, wird das nicht funktionieren, eben wegen Application-Witelistening. Jetzt habe ich aber am Test aber auch so einen Whitelisted.exe liegen. Das heißt, meine nächste Idee ist dann, ich kann es einfach rüberkopieren. Das wird aber wegen der White Protection nicht funktionieren. Das heißt, Access denied. Das heißt, das nächste, was ich jetzt mache, ist, ich schaue mir noch mal die Prozesse an. Ich bin jetzt zur Zeit in diesem PowerShell da oben, da bin ich zur Zeit drinnen. Und da unten rennt aber auch gleichzeitig dieser Java-Update-Prozess. Und ich kann mich jetzt einfach in diesen Update-Prozess reinhängen. Das heißt, ich kann meine ganze Shell einfach darüber hängen. Das ist das, was ich als nächstes mache. Das heißt, ich migriere mich in diesen Prozess hinein. Jetzt bin ich einer von diesen privilegierten Prozessen. Und als privilegierter Prozess kann ich dann einfach die ganzen Schutzmechanismen aushebeln. Das heißt, ich gehe jetzt noch mal auf den Desktop. Kann jetzt natürlich drüber kopieren über das Whitelisted.exe. sehe jetzt, das hat funktioniert. Allerdings, ich kann auch direkt putty.exe ausführen, weil ein geweitlisteter Prozess, also ein Updater-Prozess kann einfach jedes Programm ausführen. Jetzt führe ich da beide mal aus. Und jetzt bin ich noch mal unter einem anderen System, unter meinem Opfersystem. Und sehe jetzt, da ist putty zweimal gestartet worden. Ich kann natürlich da jetzt, wenn ich da auf das putty drücke, geht es nicht, weil es ja nicht geweitlistet ist. Allerdings kann jetzt da ein normaler Prozess dieses Whitelisted-Punkt starten, was eben das putty ist. Das heißt, im Prinzip, ich kann jetzt eh schon jede extra Datei ausführen. Da ich jetzt noch einen letzten Angriff das ist jetzt, wenn ich Administrator bin, da kann ich jetzt einfach, da habe ich jetzt ein Passwort nämlich vergeben. Das heißt, man sieht, ich kann jetzt nur noch irgendwelche Befehle ausführen, weil ich das Passwort kenne. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach S-Admin-Disable eintippen, weil ich das Passwort nicht kenne. Unter meinem Angriffs-PC wieder sieht man, da ist das Passwort-File. Das kann ich normalerweise nicht lesen, weil es ja Read-Protected ist und auch Write-Protected ist. Das heißt, wenn ich das einfach probiere zum Lesen, bekomme ich ein Access Denied. Ich sehe wieder, ich bin dieser PowerShell-Prozess, deshalb geht es nicht. Allerdings, wo ist er? Ich glaube, irgendwo weit da oben. Also das bin ich zurzeit und irgendwo da oben müsste jetzt da ist dieser Service. Der rennt eben mit System-Privilegien, das heißt, ich muss jetzt irgendwie administrative Privilegien haben, damit ich den Angriff machen kann, kann mich da rein einfach migrieren und als der Prozess kann ich dann im Prinzip die Datei einfach auslesen beziehungsweise auch einfach löschen. Da sieht man jetzt noch, das ist ein ziemlich langer Hash, den die da abgespeichert haben. Das haben sie ganz gut gemacht. Im Prinzip sieht man jetzt einfach nur, ich kann die Datei löschen, jetzt gibt es die Datei nicht mehr und das heißt, ich kann mit S-Admin irgendwelche Befehle dann ausführen. Da sieht man jetzt noch, die Datei gibt es nicht mehr und da jetzt noch ganz schnell. Man sieht jetzt, den Befehl kann ich jetzt ohne Passwort ausführen. Ich komme jetzt schon zum letzten Kapitel, vielleicht bin ich schon leicht über der Zeit. Man sieht eben, gegen triviale Attacken hilft es. Allerdings, als Angreifer, wenn ich ein bisschen mich auskenne, kann ich es ziemlich einfach modifizieren, dass es auch wieder funktioniert. In manchen Fällen tut sogar die Sicherheit vom Betriebssystem nach unten ziehen, eben wenn es in jeder Sektion Speicher allokiert, der ausführbar ist und beschreibbar ist, weil es Detox sich in Prevention aushebelt oder wenn es Kernelschwachstellen gibt, die Privilege Escalation Angriffe erlauben. Ich habe jetzt dann noch ein paar Harding Guidelines, die werde ich glaube ich einfach überspringen aus Zeitgründen, aber man findet in unserer Trise auch die ganzen Harding Guidelines drinnen. Kurz noch zum Vendor Response. Zwei Schwachstellen haben es gesagt, sind wirklich Schwachstellen, die haben es anerkannt. Das ist zum einen, dass sie überall Speicher allokieren, der ausführbar ist und beschreibbar ist. Allerdings hat das nur ein Risikoscore von niedrig, weil es ziemlich kompliziert ist, was zum Exploiten. Okay. ZIP-Datei von 1999 mit dem Buffer-Offflow haben sie auch noch gesagt, okay, das ist wirklich eine Schwachstelle. Allerdings ihr Schutzmechanismus vom Buffer-Offflows verhindert das sowieso. Deshalb ist das Risiko auch gering. Und da jetzt mal kurz das Vergleich. Das ist das, was Sie gesagt haben, die Entwickler von InfoZIP und da sieht man dann, wie viele Scores Sie vergeben haben. Die ganzen anderen Schwachstellen, also die anderen Schwachstellen waren im Prinzip Bypasses, aber da haben sie dann im Prinzip gesagt, da werden sie gar nichts machen, weil es sind alles nur theoretische Angriffe, es gibt nur kein Proof of Concept, das funktioniert alles nicht. Dann zum Beispiel beim Update-Prozess reinincheckten, haben sie gesagt, da muss man Administrator sein, muss man nicht. Da hat man die Demos gerade gesehen, ich kann in einem normalen Prozess als normaler Benutzer einfach reinincheckten. Das heißt, ich muss da kein Administrator sein. Das Gleiche haben sie dann gesagt, noch Recurl-Treiber-Vulnerabilities, man muss Administrator sein, das ist Blödsinn, ich kann als normaler Benutzer IOC-Telcodes hinschicken und das ausnutzen. Außerdem muss man da ja untrusted Binarys ausführen können, das geht sowieso mal nicht und wird sowieso alles verhindert. Kurz zur Timeline, im März haben wir Ihnen das Ganze geschickt, sie haben dann später, kurz vor dem Release, haben wir dann bekommen von Ihnen zurück, ja, sie akzeptieren, dass das zwei Schwachstellen sind, die anderen sind keine Schwachstellen, okay, sind ja auch im Prinzip wirklich Bypasses. Das heißt, sie haben dann gesagt, es wird kein Hotfix oder es wird kein Patch geben, sie werden dann irgendwann Ende vom dritten Quartal ein neues Update rausbringen, wo sie das Ganze fixen werden. In der Zwischenzeit sind, glaube ich, zwei neue Versionen rausgekommen, ich bin jetzt nicht sicher, auf eine oder zwei, weil das war ziemlich knapp da, um die Zeit herum. Allerdings, ja, wir haben dann unsere Advisory veröffentlicht, 90 Tage später dann und jetzt haben wir die Präsentation, das ist jetzt fünf Monate her, aktuelle Version 6.2, ist gar nichts gefixt worden, keine einzige Schwachstelle bis jetzt. Ja, das heißt, ich bin jetzt am Ende angekommen und wenn es irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr gerne jetzt oder nachher zu mir herkommen. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja, der kann halt alle Updater rauslöschen. Das ist eben das, was ich empfehle, allerdings den Service, der Service muss die Privilegien haben, den kann man nicht irgendwie rauslöschen, aber dann muss man zumindest Administrator sein, aus meinem Betriebssystem sollte man kein Administrator sein, vielleicht gehe ich da noch mal ganz kurz zurück. Bei den harderen Guidelines steht das eben auch dabei, dass man eben die ganzen Programme rauslöscht, Passwörter konfiguriert und ja, da alle Updater löschen. Die Skripte kann man sogar auch hinzufügen, das kann man auch sogar noch patchen. Aber ja, genau. Aber Sie selber, ich habe zumindest nichts gefunden, wo Sie irgendwie solche Schutzmechanismen erklären. Das war dann auch im Prinzip der Grund, warum wir das Advisory veröffentlicht haben. Wir haben eigentlich nur in dem Advisory drinstehen, was man machen kann, damit man das härten kann irgendwie, damit man irgendwas dagegen machen kann. Okay. Gut. Weitere Fragen? Ja? Nein, nein, das würde es nicht bedeuten. Genau, genau. Das ist nur dieser lokale Händler dann. Es wird dann eigentlich über das C-Skript-Programm glaube ich ausgeführt. Da kann man dann das nur eben hinzufügen, dass dann eben nur noch geweitlistete Dateien gecheckt werden. Z.B. da gibt es dann dieses S-Admin-Skripts-List, kann man dann ausführen. Da sieht man eben, das ist zum Beispiel, wo die Butt-Dateien und sowas drinnen stehen. Da kann man selber dann sowas hinzufügen, so Skripte. Oder PowerShell-Skripte stehen da auch drinnen. Ja? Da hinten ist es, glaube ich. Bitte, ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden. McAfee als Security-Firma findet es okay eher ein Verhältnis gegenüber Fixes und so. Ja, kann ich nicht nichts dazu sagen. Nur das, was ich zurückbekommen habe. Ich habe auch, wenn man sich das anschaut, ich habe ziemlich oft ihnen geschrieben. Also, ja, da. Ich habe ihnen immer wieder geschrieben, ob es jetzt irgendwie schon ein Fix-Date gibt oder sowas, wenn da ein Update rauskommt. Aber, ja. Und Quartal 3 sollte eigentlich auch schon vorbei sein. Aber, ja. Ich bin sehr froh. Ja. Gut. Danke. Gut. Applaus